Hey Herbert! Hey! Alles klar? Warte, was machen wir hier? Martin, du gehst hier! Ich wollte dich umarmen! Ich hab dich nicht vermisst! Lass wirklich eine Ruhe mit dem Kopf! Warum bist du so gemein, verdammte Scheiße, du blöder Bastard? Lass uns spielen! Ich hab ne Idee! Nein? Aber der Film doch nicht umsonst! Ich will Klicks machen! Ich will Verstecken spielen! Ey, ey! Seit dem letzten D-Re ging das echt nicht gut, Alter, was ihr da gemacht habt. Lass Verstecken spielen! Er ist ein Sexist! Ich wollte dich nicht! Das ist nicht! Was ihr da mit Kelly durchgezogen habt... Sie ist ein Sexist! Das wollte er machen! Du, warst du schuld oder? Ich fand das cool! Fertig! Wir spielen Verstecken, weil wir beide zu Hause sind und weil ich bei dir... Verstehst du? Wenn er anfängt! Du fängst an! Du! Du fängst an! Du fängst an! Hey, chill mal! Mach mal Scherestein Papier und der Verlierer fängt an! Scherestein Papier! Du, guck! Nein, den brauchst du gemacht! Okay, Martin, fang an! Nein, du musst dich verstecken! Du musst dich verstecken! Versteck dich! Versteck dich! Drei! Zwei! Zwei! Ist er bei? Ja! Okay, wir versuchen ihn! Was mach ich da eigentlich? Willst du mir was klauen? Ist das deine Jacke? Ja! Dann sag es doch! Weiß mal! Das ist die Jacke von Matthew, Alter! Da ist kein Geld drin! Oh nein! Dieser schwarze, oder? Der ist gefährlich! Ja! Das ist mein Hemd! Mann, oder? Wo ist alles von dir? Lass uns verstecken suchen! Versteck! Versteck! Find die Kamera? Ja, ja, die finden! Da ist er! Da ist er! Ich hab's gewonnen! Du kannst mich nicht sehen! Ich hab' gewonnen! Stirb! Du kannst mich gar nicht sehen, aber! Du kannst mich gar nicht sehen! Ich bin hinter der Wand! Du kannst mich gar nicht sehen! Ich seh' dich immer noch! Komm gerade! Ey, was macht ihr denn? Du solltest richtig verstecken, Martin! Du kannst mich gar nicht sehen! Ich kann ihn sehen! Jetzt musst du mich suchen! Ich verstecke mich jetzt! Zehn bis drei! Ich versteck mich jetzt! Eins! Zwei! 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 Du machst mich sehr rettlos, Alter! Du bist da hinten! Ich hab' gerade nur irgendwo die Hilfsdinger! Die wurden nicht viel verkauft! Okay! Herbert! Herbert! Du musst zweimal klatschen! Herbert! Herbert! Du bist da! Hör dich! Du musst zählen, du Pisser! Wie hat er das denn so schön gemacht? Das ist doch echt süß! Ich glaube, er hat geschummelt! Weißt du? Hat mich jemand von euch verraten, Peter? Nein! Nein! Wir sind kein Chivatos! Ich geh' auch mit Borgängste! Okay! Mann! Wie gut das Fleraten! Ey! Du bist echt Fleraten! Warte mal, Alter! Das ist nicht die Fernbedienung von denen! Das ist nicht die Fernbedienung von denen! Das ist nicht die Fernbedienung von denen! Das ist die Fernbedienung! Ja! Ja! Oh mein Gott! Lass uns mal besuchen! Wir müssen den Dachatieren! Ey! Aber du willst dir nicht wehtun, oder? Wenn ich das nicht? Nein! Find die Kamera noch? Ja, ja, find! Ja, klafft ja! Wer ist das hier? Ich wusste ja! Ich hab dich! 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 Das zählt nicht! Das zählt nicht! Ich steh auf die Leiter oben! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Ja, aber dann schimmelst! Du darfst nicht schimmeln! Ja, auf Ende! Ich zähle jetzt! Eins! Zwei! Bruder, ich weiß nicht! Aber das ist so ein heftiges Versteck! Der hat's ein heftiges, ne? Das war das heftige Versteck! Ich weiß nicht! Hm! Bist du da? Ich hab dich nicht! Ich hab dich nicht! Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Däppich machen. Nicht bitte, Salirat. Komm, ich wollte nur Däppich machen. Hey, Herbert. Ich glaube, er schummelt. Martin schummelt richtig, Alter. Lass ihn verbrennen. Lass ihn küten. Dann bin ich der neue Freund. Du brauchst ihn nicht. Okay. Ich wollte sowieso nur... Lass Leute Verträge machen und die an uns bänden. Lass Leute verarschen. Wir brauchen ihn nicht. Der ist zu ehrlich. Sollen wir ihn noch mal suchen? Ja. Mann, was ist hier los? Was ist denn hier eigentlich für ein Zimmer? Da liegt eine Frau. Habt ihr eine Frau hier gehabt? Nein. Was ist das? Wir haben keine Frau. Martin! Martin! Habt ihr Martin gesehen? Ey, guck mal, Grappi. Du bist nicht, Mann. Grappi, guck mal, er macht meine Schwester an. Guck mal. Nee, guck mal, jetzt ist es nicht anmache, Bein. Alle Abonnenten von seinem Kanal kommen zu mir abonnieren, weil er meine Schwester anmacht. Guck mal, David ist 30. Was macht denn der Team? Ja, ich probiere Schuhe an. Dima? Und im Internet ist der Sexist. So sieht ein Sexist aus. Lass uns Martin suchen. Ja, ich probiere Schuhe an. Martin! Herbert! Ich glaube, er ist drüben. Bist du sicher? Ah! Wo ist der jetzt? Was ist das? Martin? Sitzt er so von hinten aus von der... Ist das ein Mensch? Martin, wer tut das? Ich glaube, das sind Schuhstände. Das funktioniert aber. Martin! Nee, das steht nicht! Oh Mann! Nee, das steht nicht! Ich hab nicht getan, ich bin nicht mehr mit dir. Du bist ein schlechter Spieler. Dann geh ich doch! Geh doch! Geh doch auf deine Wurde! Alter, deine Wurde! Ey, hör doch auf zu streiten, okay? Wir streiten uns nicht, wir teilen nur unsere Abonnenten. War ich gut? Ja, du warst gut. Lass uns... Komm, wir gehen Eis essen. Ich gebe Eis aus. Eis? Ja. Weil meinst du das auch wirklich ernst? Ja. Drehen wir auch zusammen ein Video? Ja, können wir. Mängst du, wir tanzen bei? Ja. Aber bei dir auf Kanal und bei mir einmal. Ja, ja. Okay, das ist Eis. Okay Leute, abonniert diesen Frick, diesen Martin und abonniert mich. Wenn ihr mich nicht abonniert, bekommt ihr keine neuen Videos. Skrrr. Wie情. Ich bin Игорь Schatz. In der Hangze. Wie情. Wie humanity. Wie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020